Hallo, ich bin der Ghost Rider. Ja, wir haben den Keller noch ein bisschen umgebaut. Leider fehlt uns ein bisschen Lava, aber ich finde das noch mal ein bisschen schicker als mit dem Heilungswasser. Das haben wir in der Pause gemacht. Das konnten wir jetzt nicht. Wobei ich springe hin und her. Wir haben ja jetzt die neuen Rohstoffe und dadurch können wir unseren Manipulator aufbauen. Also gebe ich dir einfach mal die Hälfte. Hast du schon... Cool. So. Warte mal gleich den Rest hier abgeben. Zack, 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 zack. Ach nee, ich brauche auch noch mal die Hälfte. So, Zähne. Oh, ich kann fliegen. Nehmen wir hier auch Zähne. Und... Wo haben wir es hier? Oh, komm mal her, du. So. Ja. Also ich habe jetzt von jedem 10. Gut. Und dann wollten wir ja diese lustige Mission machen, oder? Mit diesem Zettel. Warte mal, woher ich dann das... Ähm... Weil... Der uns ja einen zweiten Zettel zugesteckt hat. Das ist ja der erste hier. Zack. Ja. Und der zweite ist das hier. Also sollen wir so ein Buch finden. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein bestimmtes sein muss, oder ob das einfach nur so ein Bücherständer sein soll. Ja. So ein Ständer halt. So... So ein definitiv ein Ständer. Aber erst dann bauen wir so einen... Unseren Manipulator aus, ne? Ja. Mal gucken, was der kann danach. Boah. Sag doch auch nicht an. Doch. Jetzt brauchen wir äh... Zehn... Zehn Solarium und äh... Zehn Diamanten. Na, das geht doch. Haben wir Silarium noch da? Ne, das haben wir noch gar nicht gefunden, glaube ich. Doch, hatten wir doch, oder? Hm... Ich hätte überhaupt... Geh mal gucken noch mal. Ja, guck mal. Ich suche in der Zeit schon mal einen Planeten. Ja, ich switch dann zu dir. Ähm... Weil wir ja... Was wir ja noch suchen sollen... Immer die Strings... Das wissen wir noch nicht, wo wir die finden. Und das Mondemblem. Die gibt es äh... Ähm... Ähm... Tunnel... Irgendwo. Dazu müssen wir aber ein paar Planeten bereisen. Abklappern. Mh... Der gute Mensch sagt. Auf dem waren wir, ja. So. Wir haben mal einen Mond. Hm... Wie er schön ist. Kann man da rauf? Da könnte man rauf, ja. Aber müssen bestimmt... Ich... Weiß halt nicht. Ein giftiger... Ein giftiger Regen ist auch blöd, ne? Ja, wir können uns... Ah, das ist scheiße, ja. Warte mal, ich... Wir suchen auf jeden Fall einen Klein. Der sieht ganz gut aus. Dass wir die bei Zeitraum runden können. Und da mach ich erstmal wieder mit Schifffilters auch aus. Sieht da furchterlich aus. Pink aus, ja? Ja, sieht ein bisschen scheiße aus. Ne, Solarium haben... Ne, ich glaub das gibt's noch... Das werden wir bestimmt erst finden, ähm... Auf den extremen Planeten. Da wo wir vorhin fast verbrannt wären. Hm? Auf dem brennenden Planeten Solarium, Finn. Das ist nicht schlecht. Ja. Weißt du? Ich bin gespannt. Also ich bin jetzt am neuen Planeten da. Großer. Ja. Die nehmen die Endzeit auf und du hast mich noch nicht verlinkt. Du bist ein Arsch. Äh... Vielleicht will ich dich auch gar nicht verlinken. Aha. Ja. Dann sehen wir das auch mal. Zack. So, wie das funktioniert, so... Jetzt kann ich Nerven kommen. Aha. Jetzt kann ich Nerven kommen. Aha. Hallo? So, und das haben wir auch wieder sauber? Ah, das sieht scheiße aus. Guck mal. Nein, lass das jetzt! Was? Ach. Du willst... Warte. Du willst grün haben, ja? Passt doch zu deinem Outfit. Äh, grün? Grün könnte mir sogar gefallen. Ne, auf jeden Fall gehen wir so aufs Planetenhaut. Ach. Ach, scheiße, auf dem waren wir schon scheiße. Alles klar, wir gehen nochmal hoch. Ich hätte extra, äh, extra hingesucht vor. Ich dachte, das ist immer noch nicht gewesen. Aber das war... War ich wieder falsch informiert. Hier gezwitscht dich. Falsch informiert von mir selbst. So. Hipschwort. Haben wir unseren Ball mit? Ne, ne? Haben wir eine Runde beispielen können. Ne. Ach... Hahaha. Na warte. Für Duma keine Zeit, dass dann... Mach ich auch mal dein Schiff ein bisschen hübscher. Gerade kann ich dich nicht, Duma. So. Und tschüss. Hahaha. Gleichzeitig. Oh, ist kalt. Ja. Guck mal, da hinten siehts aus wie Nordlichter. Der Hintergrund, oder? Ja, richtig. Und hier wird die Eiskristallbäume. Dann nehmen wir doch mal eben mit. Oh, das geht schneller, oder? Boah, das geht ja noch schneller. Ach, ich habe eine Schneeflockenschuriken gefunden. Aha. Hier von dem... Ach, guck mal, die bestehen auch aus Eis, ne? Ja, ja. Du musst wieder Leute ärgern, oder? Ja. Erstmal hier ein bisschen Feuer machen. Oh, eine Eistruhe. Oh, Diamanten und Eis. Hm, schön. Nehmen wir die mit. Die sieht cool aus. Nimmst du doch mit. Hab ich. Sollen wir uns reingraben, oder? Ne, wir wollen ja so ein Buch finden. Also wir müssen ja ein paar Dungeons jetzt erstmal machen. Was machen die Scharen? Ach, guck mal, wenn du so einen Eisblock kaputt machst, dann kriegst du eine Schneeflockenschuriken. Ach, guck mal, hier sind zum Beispiel welche. Alter, die halten ja schon wieder so viel aus. Oh. Der eine ist schon tot. Ja. Boah, scheiße, jetzt ist hier noch... Ach, scheiße. Nie packt hier ja noch einen Gegner. Ich seh's grad. Na, der hält aber nicht aus. So, der ist auch weg. Rück mal rauf. Ah, Heilung. Heilung. Aber ich hab die nicht gekriegt. Da ist noch einer. Ich penetriere ihn von hinten. Hä, an was bin ich denn jetzt gestorben? Alter, wahr? Dabei ist das ein normaler Planet halbwegs, ne? Halbwegs, sagst du? Halbwegs, sag ich ja. Aber ich lade mich immer die ganze Zeit auf. Erblich. Ich hab ein Frostschild. Okay. Komm her, ich lade die mit auf. Na, das bringt ja nix. Warte mal, jetzt hab ich hier erst mal... Hä, was mach ich damit? Was ist denn mit dem Schnitt, oder? Ich hab jetzt, ähm, ne Schneeflocken. Eh, ne Schneeflocke hab ich. Ach so, die kann ich erst craften. Warte mal. Nee. So. Hast du ne Facke gesetzt, wo wir rauskommen? Ja. Hab ich. Oh, cool. Dann... Ah, guck mal. Warte mal. Nicht... Ne, 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 ne. Oh, ne... Oh, geil. Klamotten. Ah, hat er was? Ah, nur coole Klamotten hier wieder. Ach so, okay. Naja, das brauchen wir ja nicht wirklich. Okay. Na dann. Mhhh... Tschüss. Hüüüüü. Der ist niedlich? Ja, die haben dich vorhin getötet, weil du so angegriffen hast. Ach so, ja. Da war ich wieder an Rage. Musité will ja alles bringen. Ja. Oh, hier schie packages. Warte mal, ich schie... Jetzt wäre natürlich günstig, wenn wir ähm... Bomb hätten. Dynamit oder sowas hätten, ne. Warte mal, wenn wir die einbuddeln? Gift hast du doch mit, oder? oh scheiße das muttern warte mal müssen wir kurz also müssen das ein bisschen zu recht nein heute ne ne also geht ja bloß das nö die hat einfach nur das Papiere in die Ecke abgeschnitten und gut ist eben doch mh der meldet sich gleich nochmal ne ja ne alles gut in der zentrax telefoniert ja fürchterlich so sind wir wieder zurück ja wollen wir die bisschen zubauen und dann irgendwie ausräuchern mit unseren waffen vielleicht das leichteste war doch jetzt ja so und so da machen wir hier eine kleine ecke auf und schießen da rein äh triffst du da überhaupt mit dem ding ja okay erinnerst gleich gut okay du hast so eine geile maske gefunden habe ich so eine kapuzmaske hast gerade gefunden nein habe ich nicht doch hast du habe ich nicht doch ich muss mich jetzt mal heilen ja muss ich auch so blüpp ja so langsam müssen wir auch wieder medipacks basteln ne ja meine medipacks habe ich ausersehen in truhe gepackt warte mal ich kann dir die hefte abgeben was habe ich doch bekommen guck mal ich habe auch was bekommen sehe ich das richtig boah mach mal mehr rein mach mal mehr rein dann kannst du ja so schnell ist das nicht ich kann bloß drei schuss machen wie viel schaden macht das 300 ach so das ist nur ne maske nimm mal das ding jetzt hier endlich was na da ist medikit achso ich weiß gar nicht was passiert ist der herr hat mich jetzt gerade getötet die waffe ist gar nicht so schlecht merke ich gerade jaja ich warte mal hier auf dich ne jaja mhm 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 Nee. Ich baue jetzt hier ein bisschen Kohle ab. Weil ich ne Kiste gefunden habe. Ja, und was war drinne? Nee, ich... ... guck gerade... ... Puppen. Was hast du gesagt? Was... 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 mit Waffen? Äh, alles gut. Ja? Ja. Okay. Wir sehen uns gleich, ja? Ja, mach mal. Guck mal überhaupt, ob das überhaupt funktioniert. Ich treff den Vogel nicht hier oben. Manche Waffen kann man ja theoretisch stellen. Oh doch. Alter, drei Schuss und der... der große Vogel ist weg, ne? Mit dem Dick. Mit Kanonen auf Spatzen schießen. Blups. Ah, du hast auch so ne coole Waffe. Ah, damit kannst du mich nicht umbringen. Warte mal, ich hab noch eine. Die hast du dir schon gezeigt, ne? Ja. Ja, ja. Die hast du mir schon gezeigt. Soll ich dir die anderen auch nochmal zeigen? Die, ja? Nein! Ach, die Sniper, ja. Wie viel Schaden macht die eigentlich? 300 noch was. Cool. Also die macht jetzt hier auch 300, aber wenn ich, äh, was treffe, sind's so 418, circa. Mal testen jetzt die hier. Aber die ist echt gut. So können wir, ähm... Wie wir vorhin gemacht haben, ähm, mit diesem Loch. Ja. Dann können wir die auf jeden Fall immer schön beballern dann die ganze Zeit. Richtig. So. Hast du jetzt dein Handy ausgemacht? So. Nee. Na, ich muss ja noch auf ihn anrufen, muss ich noch abwarten. Hm. Aber hier geht's... Oh! 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 Ey, Piraten! Mmh! Piratenschiff, geil! Warte mal. Warte mal. Ah, stimmt ja, das... Ja, ja. Oh, wir haben Gegenverkehr da oben. Äh. 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 So, warte. Guck mal, die Sonne. Hä? Geht nicht? Doch. Loll. Kommst du hoch? Du kannst das nur, äh, du kannst das nur, äh, am, am, am Gitter da. Also an der Kette kannst du das festmachen. Nee, geht nicht. Na klar, ich komm doch auch hoch. Statt, wenn man mal nicht abstürzt. Oh, ich bin fast tot. Das wird ja eine Aufgabe bis hier hoch, ey. Noch ein Sandsturm hier, ey. Ich seh' nicht mehr. Aber jetzt hast du falsch aufgebaut. Ja, ja, das muss weg. So. Ne. Boah, wenn hier runterstürzt, ne, bist du weg. Boah, jetzt sagt das doch noch. Ja, ich merk das hoch selber. Oh, ach, weil wir grad zu oben sind. Alles klar. Boah, 10 FPF. Cool, wir sind da. Der erzählt nix. Hier sind Bücher. Vielleicht haben wir auch einen Bruchständer. Das wäre ja günstig. Gründer. Hier ist ein Buch. Zack. Also ne einzelnen Kisten ist schon mal nix. Bringen wir die eigentlich alle um hier heute, oder? Ja mal. Sind Bücher? Ne, das sind nicht richtige Bücher. Ne, das sind bloß die Buchstapel, ne, aber... Wie kommst du denn hier hoch? Äh, ganz rechts ist ne Treppe. Oh, neun FPF. Oh, wie viele das sind, ey. Gehört? Ja. Ich nehm die Toilette mit. Die Toilette ist cool. Alter, was ist das für Leute? Boah, wie viel, ey? Ne. Ne. Da hätten wir Probleme, wenn wir... Naja, die sollten wir vielleicht doch nicht umbringen. Ne. Mach ich nicht. Hat irgendeiner... Was? Hä? Neu? Kannst du zubauen? Oh, da ist der Pirat. Shoppen tun die auch nicht, ne? Kann man was kaufen bei denen hier irgendwo? Ich probier das gerade bei denen. Aber ne, sieht nicht so aus. Alter, wie viele das sind. Die können die alle runtershopsen. Oh, ey, das... Werkt das bei dir auch so? Es geht. Aber ne Hälfte der FPS hab ich bloß. Also nur 30. Ne, ich nehm nur mit 30 auf. Ach so, okay. Ich hab Szene. Ja. Nein, dann lass uns wieder runter gehen. Weil so viel gibt's ja jetzt hier auch nicht zu sehen. Ich dachte hier gab's mehr zu sehen. Ja, hab ich auch alles gedacht. Ich nehm mich mal mit. Bei dem Captain schon drin gewesen im Schiff? Jo, da war auch nix. Hast du die Fahne mitgenommen? Die, äh... Harte? Ne. Sollte ich die mitnehmen? Na ja. So, und dann F drücken, ne? Hui. Aber da müssen wir hin machen. Waaah! So weit... So hoch war es ist so nicht. Ne. Oh, hier rückt's was? Ach, stimmt. Oh ne Kiste. Noch ne'n Gewehr. Wo? Kannste gerne haben, wenn du eine willst. Braust du nicht, oder was? Na, ich hab doch jetzt hier meine gute. Hier. Ja. Hab aber auch treffen können. Ich hab ja grad getroffen. Oh cool. Wo hab ich die umgebracht? Ne. Hast du? Nein, hab ich nicht. Hast du? Boah, die macht ordentlich Schaden. Das ist echt gut. Womit der das? Er nicht. Das ist komisch. Macht er nicht? Ne, der nimmt nur L. Und er nicht. Ach guck, hier ist die Tür weg. Deshalb den Monster, wenn wir den umgebracht haben. Schade, mit dem hätten wir bestimmt shoppen können. Ja. Ach, wie du ein böses Vieh. Warte. Ja, mach du mal. Muss mal schnell. Oh, ey. Kann ich noch Bandage machen? Jo. Also wenn du Bandagen brauchst, ich geb dir mal noch welche. Guck mal da unten rechts liegen sie. Hm. Äh, zur Not hab ich halt auch ein Zelt mit, ne? Ja, hab ich auch. Äh, hab ich jetzt die Kiste da eingepackt? Hm, welche Kiste? Na, die da unten war. Ja, die hab ich mit eingepackt, aber wo hab ich die Waffe hingepackt? Feuerwerk. Komm, geht's weiter. Jo. Der Schneesturm ist echt stressig, ne? Ah, ey. Aber der Hintergrund sieht echt fett aus. Haben sie gleich hingekriegt. Bam. Also, Zwischuss und die Viecher sind weg, ne? Mhm. Oh, ey. Bei dir muss man aufpassen hier. Weißt du das? Ja. Ja. Mhm. Der ist wohl auch böse hier, oder was? Weg ist er. Was? Ja, ich muss dann echt, äh, fassen wo ich hinschieße, ne, mit dem Ding. Sieht hier noch was? Ne. Wenn nicht, dann graben wir uns dann ein. Mh, naja, wozu? Also... Ne, wir brauchen noch, äh... So, stimmt ja. Ach, hier ist Wasser. Ach, toll. Guck mal, das sieht doch geil aus. Wo sie so ein bisschen Eis über das Wasser gemacht haben? Ja. Sieht cool aus. Ach, Mistviecher echt. Geh einfach runter. Oh, wo ist's? Ach, scheiße. Hier ist nix. Was hast du gesagt, der Planet ist... Es war ein relativ kleiner, ja. Hier ist noch ne Kiste. Ja, also Kiste. Ähm, ein paar Spritzen sind drin. Das sind kleine Mistviecher, ey. Ach. Im Glück frieren wir nicht. Ah. Hier ist wieder so ein Ding. Aber diesmal ohne... Hä, was ist denn das? Warte mal, was ist das? Ach, da steht einer. Warte mal. Der ist im... Der ist eingeschneit. Dir ist schon klar, ne? Dass, äh, das Ding einen kleinen, äh, Radius hat? Jaja. Alter. Du Arsch. Ich dachte, du bleibst doch umstehen. Ach. Ach, viele allein. Allein, allein. Allein, allein. Allein, allein. Wir müssten da sowieso fast die Runde rum sein, oder? Weiß ich nicht. Ich komm mal entgegengesetzt rum. Oh. Vier Volumen waren hier drunter. Ja. Da ist gleich jener Tod wieder. Ach, es geht eigentlich. So. Also der Raketenwerfer ist auf jeden Fall mein bester Freund. Bis was Neues kommt. Bis, ne, noch größere Bombe kommt. Genau. Oh, schön. Der ihn hat, äh, drei Bomben fallen lassen. Um so ein Bandit. Na? Hallo. Hallo. Was ist denn das? Ich bin der Neue. Hast du einen Affen? Ach so, hast du die Kiste gesehen hier? Ja. Da war er in der Kiste. Ach so, okay. Die Kiste war ein Affe. Äh, auf jeden Fall sollen wir die Runde rum, oder? Ja. Na, dann suchen wir doch mal einen neuen kleinen Planeten. Machen wir auch mal so eine kleine Erforschungstour. Juh. Wir haben ja noch fünf Minuten. Mann, da schaffen wir noch dicke noch zehn Planeten. Ich weiß nicht, warum wir mal den Giftplaneten ausprobieren. Das ist auch so extrem mickrig. Ja, mach mal. Leg los. Weg groß. Unterwegs ist er. Ulu. 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 So langsam siehst du echt albern aus. Erst die ganzen Stäbe da hinten in deinem Rücken drin, und dann aber das Affenkostüm. Ulu. 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 Ah ja, wo bist du? Hier, meiner? Naja, nee, nimm mal deinen riesen, giganten Penis weg, Alter. Nee, komm. Nee, komm. Warte, warte, warte. Komm her. Äh, okay. Äh. Ähm. Ob dich das sofort umbringt, oder muss ich zwei Schüsse benutzen? Naja, das bringt mich sofort um. Das wollen wir ja nicht testen. Oh, es regnet. Giftig. Ey, ab ins Wasser, ha? Das ist auch giftig. Äh. Ey, was darfst du uns draußen suchen? Ähm. Der ist vielleicht ein bisschen unpraktisch. Ah, radioaktiv ist das. Ach so. Hast du, ach, umstellen müssen wir. Ja, ja, ja. Du musst auch umstellen. Ey, ich bin tot? Naja, du wirst ja weiter vergiftet halt, ne? Du wieder. Was denn? Ich warte zu lange auf dich. Also auch dein Hilf ging radioaktiv, wenn wir gucken. Also ich hab jetzt den, den, den neuen Anzug angestellt erst mal. So. Du ist drinne. Schön. Ja, radioaktiv ist drinne jetzt. Ja, dann kommst du ja kurz auf den Planeten, also den schaffen wir auf jeden Fall noch. Wir müssen ja noch mehr Telefonat rausschneiden und dann... Was kriegen wir hin? Zack. Nachen wir die Zeit vielleicht einpacken. Flops. Was hast du denn da gemacht? So. Ah, das sieht doch schon besser aus. Was war da rein? Äh... Ist das ein Gift-Ozean? Ja, aber... Ja. Okay. Dann bringt das auch nicht viele Punkte, ne? Dafür braucht man das Boot. Ja, stimmt. Na gut, aber das ist, äh... Das haben wir ja erstmal nicht. Leider nicht. Ah, warte, ich suche noch einen anderen Kleenplaneten. Ach, Junge, Junge, Junge. Einmal mal mit Profis zu arbeiten, ja. Ja. Der sieht gut aus. Ein Tropenplaneten, ein radioaktiver. Na, gucken wir mal. Die Dinger könnten wir auch hier langsam mal bauen, ne? Also den Pixel-Kompressor, der war Quatsch, das weiß ich noch. Ja, das ist Quatsch gewesen. Ähm... Ah, den Portal-Pixel-Printer, das... Der war doch gar nicht so schlecht. Also den baue ich das nächste Mal auf jeden Fall. Und dann hier zum Kreaturen und das und das und das. Bauen wir alles. Und das und das und das und das. Und das und das und das und das. Und das und das und das. Und das und das und das. Und das und das. Und das und das. Und das. Äh, okay. Ich versteck mich. Ah, endlich hab ich was. Eier, Alter. So. Uh, gleich ein Boss-Gegner. Schafft man den? Ja. Du schaffst den ja. Warte mal, bau den zu. Nee. Ich wollte dich doch zubauen. Oh, der ist stark. Na, das geht eigentlich. Der hat ne Waffe fallen lassen bei dir. Äh, okay. Warum leuchtet denn das da unten so? So viele so ne Schrott-Dings. Na, weil der Hintergrund fehlt, oder? Ist ja nix weiter. Ist bloß der Hintergrund weg. Ach, genau, hier können wir ja von Montagenwiller sammeln. Sehr gut. Martin, das ist euer Geburten. Äh, Startpunkt habe ich immer nicht gesetzt, ne? Nee. Was muss ich mal hier hinneifen? Hier kann nur auch nur eine Eule sind. Dauer ist. Arschlocheule. Der spuckt dich voll oder spürzt dich voll in der Kiste Hier ist eine Zweihandwaffe drin Guck mal, die könnte was für dich sein Ein Kreuz, ja Ist das nischt für dich? Weiß nicht, oh 300 noch was macht er Und vergiftet auch noch Oh, noch ein Bossgegner Ich hab ein Templerkreuz in der Hand Oh, das sieht aus wie ein Eiserneskreuz Scheiße Scheiße, nochmal daneben Das kann er Oh, das Waffe ist cool Wann mal, ich hab jetzt noch ein Schwert gekriegt Ah ja, okay Nichts besonders Sind denn hier alle böse oder was? Ja, scheint so Hm, der nicht Ah, hier ist ja so eine gelbe Kiste Ja, macht ordentlich Damage, wa? Dein Stab Ja, ich tu mal schnell mich heil Ach, Blumen will ich nicht Ihh, der spuckt ihn ja voll Ja, hast du jetzt eigentlich mal gepolnt, ja? Ja, auch mal ihn erwischt Ja, das macht gut Damage auf jeden Fall Ah, hier ist sie mit Blumen Und? Hier, wieder so ein Bananen-Dings Aha, geil Aha, geil Oh, cool Ach du Scheiße Ja, das gab's vor dem Update schon mal Äh, schweben wir hier? Na, nicht wirklich schweben, aber die Schwerkraft ist weit runter gesetzt Aber die hatten zum Glück nicht so viel aus Ah, das sehen wir aber in der nächsten Folge, ja? Was wir hier machen Jo, würde ich auch sagen Du? Okay Man sieht sich dann, wenn's wieder heißt Starbound Bis denne Tschüss